Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der markierte Bereich ist noch sicher. Nur minimale Bodenaktivitäten von Cell. Aber die Türme sind immer noch funktionsfähig. Seien Sie vorsichtig und bringen Sie die Hardware nach Hause, Romeo 1. Das ist Claire, New Yorks Regionalkommandantin. Sie ist zwar keine Soldatin, aber sie macht einen verdammt guten Job. Seit wann respektierst du den Vorgesetzten? Tja, weißt du, das hier ist was anderes. Ach scheiße, ich musste ihr versprechen, keinem was zu sagen. Naja, technisch gesehen habe ich mein Wort ja gehalten, oder? System gestört. Seht ihr das an? Direkt aus den Skinlaboren. Experimentelle Nanotech. Nanos, upgrade geortet. Sofort integrieren. Nanosuit wird neu gestartet. Ich hoffe, das ist es wert. Das heißt, dass die Preise und zwar nicht aber hier drin ist, ist es wärmer als in einer Sauna. Hat sich viel geändert. So hat alles angefangen. Die Leute haben von Cell billige Energie gekriegt. Cell hat die Energie umsonst bereitgestellt. Er konnte niemand mithalten. Wenig später hatten sie ein Monopol. Dann haben sie die Preise erhöht. Und als die Leute dann hochverschuldet waren, hat Cell sie in die Preise gekriegt. Alles klar. Vorsicht, Minenfeld. Cell benutzt intelligente Munition. Die explodiert nur bei Feinden. Wie uns. Greif mit deinem Anzug auf die Minen zu. Schalt sie ab. Das müsst ihr rein. Nichts. Nur eine Überspannung. Geht schon wieder. Überprüfe Sektor 1, Cell. Aufpassen. Bist du okay? Hier ist nichts. Da. Todesmal. Wenn's dich sieht, bist du erledigt. Zeug! Komm zurück! Was sie auch gefunden haben. Es ist tot. Wo ist die Station 34. Straße? Ein paar Klicks. Aber wir müssen erst die Todeszone umgehen. Nein, Cell kommt näher. Keine Zeit zum Umgehen. Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich. Wir können einfach durchgehen. Hört ihr das, ihr Schweine? Ja, ich mach euch alle fertig. Kommt schon! Traut euch! Kommt her! Bist du verrückt? Die Geschütze machen dich fertig! Ah, verstehst du's langsam? Die haben einen Nanosuit-Prophet. Ich bin ein Mensch! Ein Mensch? Weißt du, was ich geopfert habe, um die Safe zu stoppen? Wie krieg' ich das hier? Ah, scheiße. Wie sieht dein Plan aus? Unterstützung. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst... Das ist nicht der Psycho, den ich kannte. Die Dinge ändern sich. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1, Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3, Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kei. Sektor 1, Delta 3. Sieht gut aus. Da. Sektor 1, Delta 0. Kampf wird aktiviert. Sektor 1, Delta 2. Ich hab hier was. Wir sollten von dem Strom fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Das war's. Packen wir unsere Sachen und nehmen uns den nächsten Sektor vor. Hier ist nichts. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Lager ist ein No-Go. 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 Lager ist ein No-Go.